ja 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 das war klar dass es macht ok jetzt soll ich einfach Hallöchen herzlich willkommen zu dem Minecraft Projekt Montag was hast du gesagt? keiner kann ich verstehen ich kann ja niemand verstehen ich geh jetzt das Grafting Table durch scheiße ich hab gar nichts gewählt was bin ich denn? nix so also jeden Montag eine Runde Minecraft jeden Montag? ja jeden Montag du musst mich verarschen wann soll man das alles aufnehmen Alter ey ich bin ein vielbeschäftigter junger Mann Alter auf jeden Fall man muss ja einfach mal Urlaub nehmen damit wir jeden Montag das hochladen können aber ich würde jetzt echt gern mal wissen was ich bin ach ich bin so ein hässliches Kackding hier wie ist das? der Strahl der in den Himmel geht da biegen oder was ist das? der Strahl der in den Himmel geht ja das war übrigens der Fachausdruck ne ach so das heißt der Strahl der in den Himmel geht hier draußen sind Freunde die mich verlassen haben ich glaub Uelchen wer hat mich grad ins Team angeschrieben das war das Freunde okul dahinten steht mitten im Weg zum Spassi fein ich glaub wir mitten auf der Straße rum und keiner bekommt mich mit du auch bist du die Wirkbench dahinten? ich hallo hallo man muss einfach nur rennen als Haider wahrscheinlich dass sich nicht verstecken ich weiß es am Anfang nicht la 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 nein, ich hab noch nicht so viele solche ob es ist wo dann würde würde wo dann würde ich höre mir hallo hallo man bist du süße aber hast du mir zugenommen oder? ab ich hab ein paar Bücher noch du bist so gut ist es doch gibt die Liga die Welt es ist nicht der Anwalt der Entschuldigung die Köln ist immer meine Angst erforschen wir sind willst du mal meine Axt erforschen ich habe schon mal gefragt da hast du anwesend ich habe ein Verzaubertes Holzschwert cool ich bin er war ein Gericht mit uns und scheiß Block nie wahrscheinlich du kannst du auf Slabs nicht verstecken oder macht er stimmt es sieht auch leicht behindert aus wenn man da drauf aber ich will auf dich drauf er bleibt noch drauf und siehne mir geht noch mal dahinter in die Ecke ich will auf dich drauf springen aber schade ich fall durch okay ja wo versteckt man zumal mit drin aber wo ich hab noch gehen dass der Kack bieten Dinger gesehen nein nein aus dem Schildes welcher wo da oben oh wie wie kommt man da hin keine Ahnung haha ah hier 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 komm mal ich hab den Weg gefunden komm mal komm mal komm mal komm mal komm mal komm mal im Zimmer nur für uns allein wo Ah wo, wo, wo? ich bin so blöd so ich weiß dass du dort irgendwo ein Wiking bist nein ich hab ich hab grad gewechselt ich bin jetzt ein Bücheriker ach so du bist so ein Barbone der kann wechseln einfach so mittendrin oh alter Bücheriker, bleib stein ach du you want get lol wo ist es hingelaufen hm hä wo ist denn das Bücherregal hin weg ja Pimmel das ist verschwunden hm es hat lecker geschmeckt hm so wo ist denn hier im Biken weg ich bin unsichtbar ich hab grad ein Eck reingehauen oh komm mal hier ist der Klade hallo hallo Klade wie geht es dir hallo bist du da nett 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 umdrehen geh geh weg geh weg geh weg ned neokomm geh weg hehehe hallo 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 hä scheiße meine Taktik ist nicht aufgegangen weißt du ich wollte mich eigentlich da mit soem äh weil ich gedacht hab diese scheiß haltschwert hat ein bisschen mehr Power da hättest du da eigentlich alle komischen Sieker runterschmeißen können aber die Taktik ist nicht wirklich aufgegangen sie haben gekauft die Unwarte auf Naja das sind noch drei andere und immer richtig die Böse muss rum so jetzt so frei ist wieder der der Mr. Schweinchen Anzug Schwein hier der Snerney Superspein Wurz genau zu kommen Marsch war ein hier Pädobär am Start es gibt sie noch so viel Spaß ist drei jahre noch mal was und das ist ein bisschen ein Spaß die hier das ist jetzt hier mit seiner Eisenrüstung Eilung ist das ist ein bisschen Kacks gehen und so wie in einem Anzug in Ernst was ist denn das hier für Klobby ein Anzug das ist das sind von Scheiß Kinesens Kinder ich mir niemals einmachen ja kommen wir hätten die Matur sich verfolgt ihn jetzt kommst du mal her verfolgt sie ja wir haben natürlich wir haben jetzt gewonnen und wenn man in der Unruhe und hat es nicht angezeigt wenn er hat es gar nicht angezeigt er hat er grüßt jeder die lang worden die und jetzt können wir es nicht können wir uns nicht noch in den Rheinland oder e e er ist aber nicht oder hast du schon das doch so oft wird es mehr erhält nur bis siebzig ist mehr oder 62 gibt es sich ja aus sich als sie die Tinken ich hab's gefunden abwarten dass hier Harry Potter oder was was für sich denn sie Brille er wohl er hat mich nicht mehr auch er habe ich auch gesehen und Batman alle die beiden bestimmten aber der hat ein skin-klaut hier aber zu mir der tschuld er wieder mehr der kindsten der tschuld 22.000 jungen aber mehr ins Kind der wenigen skin cool ist die am an die katze weil es gibt die reiziger es gibt zwei ich hab Angst jetzt ist es ein Zorn wie in einem Anzug alter und dass das das dann kann ich nicht beschreiben mit ich habe gekämpft in dem anhandel für ihr gekämpft der Gratze läuft da vorne die Akkolli die Röhrung der Leichtshock der E-Rocke der hat er sagt der Wäscher nicht von vornherein zieht guter muss ich mich ja noch nicht in er gibt es ist ein ja muss ich da muss ich mich noch kurz korrigieren er gibt sie jeden Monat an zwei Folgen also zu zwei Runden die Fassel was das ist schon beendet Naja es gibt es doch trotzdem im Prinzip dann eine YouTube-Folge in zwei Runden ja habe ich gesagt Prozent so ich bin jetzt ich bin jetzt mal ein Schneeblock also ich weiß es noch nicht als ich auch gleich saugall verstecken auf die Uhr zu lassen überraschender und weiß ich ob auch schon ich bin der Ritz ich bin einfach mit den Bewald der Papo bist ne so er will jetzt so Schneeblock oder ist er der Kammer sie übiger da war er gar nicht mehr ich weiß nicht wo ich die Zeit ich fühle mich so allein bei ihr Feuer der Gründchen und fragt ich kann er wirklich brennen scheiße das Schneeblock Wolken er ist mir Hä? Alter, wieso ist denn hier überall Feuer? Das fetzt's nicht. So, ich hab ein gutes Versteck gefunden. Oder Arnitz? Oh scheiße, ich hab ganz vergessen, dass die Tippen hier mich, ähm, killen können. Ich suche hier die ganze Zeit nach einem schönen Versteck. Da war die Rensche dreimal hinter mir her. Hallo Holzblock. Okay, der war schlecht. Der war richtig schlecht. Den könnte ich ja ganz schnell abhängen. Aber hier ist kein Holz weit und breit. Hm, wo versteck ich mich denn mal? Hm. Das weiß keiner. Warte mal, was steht da? Block Info in the Boss Bar. Ich will hier raus aus diesem Scheißhaus. Scheißhaus. Oh nein, hier ist wieder so ein Klubi. Nein, hier ist noch ein Klubi. Oder hab ich gerade Lex oder seh'n die mich alle nicht? Na, keiner macht was, Alter. Ich bin gerade an drei Mann vorbeigelaufen. Keiner macht. Das ist ein bisschen für ein Hacker. Ah, hiervon ist der fünfte. Hallo Schneeblock. Was? Oh, 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 hier sind drei Mann auf dem Haufen. Da geh' ich lieber zu denen hier vorne. Also, ähm... Jetzt hab' ich ein Holzschwert, cool. Ist ich auch. Wo verstecke ich mich denn mal? Halt, ich renne hier die ganze Zeit bloß blöd rum. Aber so wie ich sehe, irgendwie ist die Taktik gar nicht mal so schlecht. Na ach! Ja, ja, komm. Ich fass ausbestimmt wieder. Bist du eigentlich immer noch Sieg? Äh, Heider, oder? Ja. Okay. Jetzt kann ich mich da nicht verstecken, Alter. Alter, ich will mich hier verstecken. Oh, Limmel, 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 Limmel. Limmel, Limmel, Limmel. Nein, 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 weg mich, weg mich, weg mich. Rennst du gerade die Treppe hoch? Also... Ja! Ja, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Nein! Er hat mich. Danke, Kleine, wirklich. Ich war die ganze Zeit sicher, ne? Dann kommst du an und ich weggekehrt. Vielen Dank. No, 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 block. Das noch einer. Cool. Kötz deinen an. Oh je, die Hälfte von den Spaßten steht doch wieder nur AFK rum. Jetzt verstehe ich auch, warum ich da so vorbeilaufen konnte. So, Kleider, wo bist denn du? Du sagst mir doch sicher dein Versteck. Hier rennen Schneeblocker oder Quarzblocker oder was auch immer. Alter, ist das schon tot, ne? Jetzt ist es tot. Wisse kaum, weil ich, äh, ein Sieker, ne, geht es ab hier. Mutz. Alter, wäsch. Geh mal so glücklich, ne? Was bist du, du dreckiger Schneeblock? Ich will nichts von dir, nein. Was willst du? Was entsteht, wenn zwei, äh, Schneeblöcke sich paaren? Willst du gar nicht wissen? Huh, ha, Schneebälle. Huh, ha, ha. Hm, ach, ach, ach. Legt nicht! Verdammt! Mh, wirst du jetzt auch tot? Ah, da ist er tot. Jawoll. Ja, ne, es gibt hier gutes Versteck, weil es gibt nur so hier Suchtis. Weißt du, die ganzen Darn ist besser, so Donut mal sowas zu spielen. Hust, hust. Prozent ich spiele sie beide mit dem ersten Mal da ich hab's ja nicht nur auf mein Gott wie bezogen allgemein und spielen da eine Typ ist die sind so viele Leben ich hab gesagt das ist auf dem neuen Leben 2 50 bei Kick gibt's schon die billigen Kuhlchen im wasserverstecken können ich vollidiot er ist so ein Schmolzen aber ob man es ist so als die Wasserblock rausgehen kann Prozent die Gänse zum Wasser verstanden ist die Kühle ist bestimmt mir ist jetzt gerade nicht aufgefallen dass ob die Feindlich funktioniert der Beobacht ist ein Blöden aus der Falle Tasse gelegt äh geklickt vor allem Lohen im Vollbildmodus geht's er hat sich jetzt kurz auf im im Fenster Modus geht's nicht in Wau vollbildmodus geht's Prozent er ist jetzt die zwei anderen Spaß die ist ich habe keine Ahnung die aber 40 Sekunden wach und ne wo wo steht in die Zeit her Achtung auf Fock schnell findet sie leck mich doch in so schlecht hier und nicht nur hier wenn er sich passt Orte Hans Rauschen nervt wirklich in Rufen erländerte in die zu oft aus dem Block klickst aus dem Naja ja das ist das Geräusch ist halt nervig sonst könntest du durch die Map rushen und alles aber das Geräusch ist nervig ja das ist wohl oh manu hier ist ein übel geiles Versteck warum hab ich das nicht gefunden manu ja oder Heiderstand gewonnen und nö ich bin eigentlich immer weil irgend so ein Lappen ja immer wie es ein gutes Versteck finde ich und es ist nicht so na gut das war es mit der letzten Runde nach der Feuil von dem Scheiß her genauer da jetzt gehe ich die Machtleur hier ein ich gehe jetzt aus mir entschrottet ne das ist nicht ganz ehrlich sowas auch erfindet ganz ehrlich ey wer hat jetzt Minecraft erfunden genau ey was nen Spaß dir na gut dann haut rein tschaui tschaui tschau tschau tschau